Ja, also, und dieses Telefonhäuschen hier, das haben wir auch noch nicht gesehen, da kann man immer reingehen und wenn man irgendwas nicht weiß, ruft man da mal an. Ja, hier Ulrera. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun, du solltest sie mal lesen. Tschüss. Okay, nee, machen wir jetzt nicht. Ich will jetzt nicht lesen. Einladen. Ach, das haben sie auch geändert. Ich glaube, in der Originalversion stand der Shop drauf. Ich habe gehört, dass du Select drücken kannst, um auf die Karte der Insel zu sehen. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Ja, muss doch nicht. Ach, wie süß. Dieses tolle Irgendwas. Nee, das will ich gar nicht. Aber ich quatsch mal mit dem. Wunderkorn. Einspiel. Zehn Rubine. Obwohl, nee. Ich will die Joshi-Puppe. Zack. Mit den A- und B-Knöpfen bewegst du den Kran. Also, ja, der Rest ist Timing. Gehe vor die Knöpfe. Viel Erfolg. Ja, das kennt man ja. So, okay, wir gehen hierher. Und wir fahren hier rüber und ich muss nur die Joshi-Puppe erwischen. Zack. Und, geht sich das aus? Zü-tü-tü-t. Na, zack, zack. Ja, wir haben die Joshi-Puppe erwischt. Wunderbar. Denn, die Joshi-Puppe ist quasi der Start-Item für das Tausch-Quest. Ja. Oh, du hast eine Joshi-Puppe. B-Kommen. Endlich, du liebst Yoshi! Ja, super. Also man sieht hier, Yoshi-Puppe rechts bei den Schlüssel-Items. Also das ist quasi... Nein, das wollte ich ja gar nicht. Also das ist quasi für das Tausch-Quest mehr oder weniger. Also es gibt auch ein Tausch-Quest, wo man ganz zum Schluss irgendwas bekommt. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber das werden wir natürlich aufmachen. So. Hier schlagen wir alle Büsche weg, denn hier müsste es eigentlich die erste Zaubermuschel geben. Wieso, dass ich das so genau weiß? Das, als ich früher das Spiel gespielt habe, habe ich natürlich sehr, sehr, sehr oft von vorne angefangen. Genau, und hier ist die Zaubermuschel. Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Ja. Wir haben eine Zaubermuschel. Von, ich glaube insgesamt, es gibt es 20 oder 22 oder irgend sowas, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. So. Und hier gibt es auch wieder einen Laden. Da könnte man was klauen, das weiß ich auch noch von früher. Das mache ich aber nicht, weil das blöde ist, wenn man da was klaut. Erstens, klaut man nicht, liebe Kinder, nicht klauen. Aber wenn man da was klaut, dann, ähm, hey, da gibt es einen Schaufel. Cool. Wenn man da was klaut, dann wird man im ganzen Spiel Dieb genannt. Ja, das ist nicht so schön, sage ich mal. Gar nicht schön. Man wird, oh. Fremdruck? Okay. Okay. Okay, ouch, ich habe nichts gemacht. Hier ruht der fliegende Gockel. Hi. Tari ist in den Wald gegangen, um Pilze zu sammeln. Ich bin aber lieber hier geblieben, um zu singen. Es folgt die Ballade vom Windfisch. Ach, wie süß. Ja. Schön. Du, 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 du. Egal. Gut. Das ist nur die Frage. Jetzt gucken wir mal hier. Machen wir da nochmal alles weg. Nochmal? Nein. Okay, nichts. Okay, ein schönes Doppelhaus. Ach, ein kleines Kind. Oh, schenkst du meinem Kind, den Yoshi, bitte? Ja, klar, und wir tauschen hier gleich mal das erste Item ein. Danke, das ist sehr lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Oh, und wir haben eine Schleife erhalten. Du hast einen Yoshi gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo diese Schleife tauschen. Ja, schön. Gut. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal. Und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Okay, also Papal verirrt sich irgendwann im Gebirge. Dann werden wir ihn dort suchen müssen. Hm, das ist nett, wenn die das gleich so ankündigen, ne? So, was sagst du so? Hallo? Wenn alle Herzen fast leer sind, solltest du dich schnell in ein Haus oder eine Höhle begeben. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin doch ein Kind. Ja. Gut. Aber, äh, wisst ihr, was toll ist? Ich bin jetzt schon wieder ahnungslos, was ich jetzt mit dem Pilz machen soll. Hm. Osten. Nach Urunga-Steppe. Gut, da kommen wir aber noch nicht durch. Wo musste ich nochmal schnell den Pilz hinbringen? Da soll es doch irgendwo so ein Hexenhäuschen geben. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Mensch, ist das blöd. Okay, die sind ausgeflogen. Nun ja. Das beginnt ja schon super. Hm. Irgendwie. Drücken wir mal Select. Hm. Shop. 30. Zauberwald. Schön. Eule. Achso, da. Nein, ich will das nicht nochmal hören. Okay. Hier kann man sich die ganzen Eulengeschichten nochmal anhören. Ja, du musst wissen, auf der Ense Kokklin. Das wissen wir ja alle schon. Haha, schön. Ja. Komm, aus. Na ja, Mensch, 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 Mensch. Ja. Toll. Jetzt wissen wir das auch. Ja. Ja, schön. Windfisch übrigens geht. Oder deine Schritte. Okay. Das war jetzt doof. Gut. Ja, dann schauen wir mal nochmal zum Strand. Vielleicht gibt es ja dort jemanden, der unsere Schimmelmarchel haben will. Ist ja nicht schlecht. Nebenbei sammeln wir immer wieder ganz tolle Sachen. Grunde da. Ich meine, es gibt eh nur ein Haus ohne Schild. Vorsicht, Segel. Mit dem Schild zur Seite schieben. Ja, machen wir doch gerne. Brauchen wir aber jetzt nicht. So. Ja, der Strand ist ja auch noch so weitläufig. Habe ich ganz vergessen. Reiner. Oh, ein Kroko. Willkommen im Bananenhimmel. Ich bin Erwin. Dembei. Sammle ich Dosenfutter. Aller Art. Naja. Ein seltsames Hobby. Stimmt. Aber mein Bruder sammelt alte Zahnbürsten. Das liegt wohl an den Genen. Ja, schön. Ähm, toll. Bringt mir jetzt aber nicht viel. Gut. Oh, ein Affe. Affe. Ja, klar. Autsch. Böse Affe. Gut, hier gibt's nix. Okay. Hm. Na toll, jetzt bin ich am... Leute, das tut mir etwas leid. Das ist etwas doof, dass ich hier ganz am Anfang schon mal nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass ich den Pilz... Äh, oder muss ich den... Jetzt, Moment mal. Muss ich den überhaupt... Nee, schon. Nee, schon. Hm. Äh, ja. Nee, ich muss aus dem Pilz Zauberpulver machen. Damit bestreue ich dann den Waschbär. So viel habe ich noch im Kopf. Irgendwie. Irgendwie ging das so. Das weiß ich noch. Ganz, ganz genau. Wo bekomme ich das Zauberpulver her? Das ist ne berechtigte Frage. Oh, ein Teil der Macht. Ist das schön. Haha, dass wir einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Ja, ich spüre die Energie. Bringt mir aber nicht viel. Ich hab immer noch Energie. Und ich genichte die Bücherei. Um zu lesen. Denn irgendwo hier muss es, äh, ja. So direkt... Boah, die Gegner fliegen davon, wenn man hier die Energie hat. Toll. Jetzt probieren wir es doch mal mit dem Pilz alleine. Zack. Pilz. Du hältst die Schlimmermache nach oben. Aber nichts passiert. Stattdessen verbreitet sich ein fauliger Geruch. Okay. Ah, dann wohl doch falsch, ne? Hm. Hier rüber? Hier runter? Waren wir da nicht schon? Ich weiß es nicht mehr. Mal gucken. Da kommen wir ja doch irgendwo raus, wo wir noch nicht waren. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Mensch, irgendwo muss ich... Muss ich... Muss es doch... Äh, so ne Hexe geben. Schlimmermachl! Hey! Hey! Ja, ist klar. Ich... Bin doof. Ich bin nämlich hier rüben, glaube ich, nicht nach oben gegangen, oder? Bin ich ja schon mal nach oben gegangen. Ich glaube, ich bin nicht... Autsch. Nach oben? Ne? Ah! Na, ist eh klar. Gott, bin ich doof. Tut mir leid, Leute. Hey! Gut. Und jetzt sind wir... Wo, wo wir hin... Autsch, 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 Autsch! Naja, und wir müssen hier rein. Hallo. Kann man mit dir auch reden? Ne, kann man nicht. Aber ich kann die... Ah! Er hat... Er hat eine Schlummermachl dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Hihihihihi. Und da braucht sie für uns ein tolles Getränk. Das Pulver ist fertig. Probier es gleich mal in der Hütte aus. Wir finden es jedoch nicht. Unnötig. Ja, und wir haben... 20 Zauberpulver erhalten. Ja, und wir sollen gleich probieren, was wir damit beschwühen können. Ja, nicht zum Beispiel das hier. Hey! Manche Gegner ändern ihre Gestalt und du kannst sie bezwingen. Hast du keins mehr? Bringe mir ein paar Pilze. Dann gebe ich sie dir wieder... Äh, gebe ich dir wieder etwas davon. Ja, toll. Okay. Und jetzt haben wir das Zauberpulver erhalten. Damit könnten wir jetzt zum Beispiel diese grünen lustigen Dinger besprühen und kann man mit denen sprechen. Das machen wir jetzt nicht, weil... In der Ur-Version haben die ganz, ganz tolle Soch... Äh, haben die ganz tolle Aufklärung betrieben. Die haben gesagt, niemals Sex ohne Kondom und so Sachen, ne? Haben sie aber jetzt in der DX-Version rausgeschnitten. Und deshalb ist das. Macht das nur noch halb so viel Spaß, ne? Egal. Aber wir haben jetzt das Zauberpulver und das bedeutet, wir können auf je... Wenn ich den Gegner töten kann. Wir können auf jeden Fall weiter. Ja, jetzt können wir hier diesen tollen Waschbären besprühen. Ich versuche eine ganz schlimme Sache mit dem. Rauf. Zack. Und... Oh, er beginnt sich zu drehen. Tollelelelelelela. Und er fliegt herum wie irre. Ja, und es kommt Talon heraus. Nachdem ich in den seltsamen Pilz gebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sag ich dir. Hörst mich für verrückt? Äh, nee, du bist ganz und gar nicht verrückt. Du warst ein Waschbär. Hab ich mitbekommen. Kinder, bin ich kaputt. Beruhig mich erst einmal aus. Später gehe ich nach Hause. Ja, setz dich hin, ruhe dich aus. Hauptsache wir kommen weiter. Und wir haben eine Kiste. Nun hast du den Wurmschlüssel in der Hand. Sicher kannst du damit den Wurmpalast öffnen. Ja, das ist schön. Oh nein, die Eule ist schon wieder da. Nimm diesen Schlüssel. Gehe damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Wind verschwartet bereits. Okay, also wir müssen ein Musikinstrument suchen. Schön. Gut. Aber zuvor gucken wir natürlich mal hier nach oben. Gibt's was? Da kann man noch nicht vorbei. Und Telefonhäuschen. Schön. Oh, ein Teil der Macht. Ja. Spürst du die Energie? Ja, spüren schon. Bringt mir aber nichts. Gefahr. Betreten. Verboten. Ausfüßtruppi. Der darf das. Okay. Gut, hier können wir auch nicht weiter. Ja, das bedeutet, wir werden Richtung Wurmpalast gehen. Also wieder durch den Zauberwalt. Trauter. Ja. Dieses nette Feature hier mit dem Teil der Macht und mit der Zaubermuschel oder was das ist. Das hier immer in den Text kommt, wenn man den Stein nicht heben kann. Ja, das sind so Sachen, die sind auch später in keinem Zelda-Spiel mehr vorgekommen. Glaube ich zumindest. Höchstens irgendein Spin-Off. Aber in keinem offiziellen Zelda-Spiel. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja, aber das sind eigentlich ganz nette Features. Ich meine, finde ich jetzt nicht so schlimm, ne? Gut. Also jetzt ab zum Wurmpalast. In den ersten wirklichen Dungeon. Den letzten Dungeon, wo ich wirklich noch gut Bescheid weiß. Weil ich glaube, das letzte Mal, also wie gesagt, ich meine, das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Oder, ne, es dürften wirklich zwischen 10 und 15 Jahre sein, dass ich das Spiel das letzte Mal durchgespielt habe. Ich habe vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder was, habe ich vielleicht mal probiert, wieder zu starten. Da habe ich maximal den ersten Dungeon gemacht und das war's dann. So. Und jetzt machen wir das auf. Wir brauchen immer einen Schlüssel, damit wir in die Dungeons können. Und wir sind hier in Level 1. Der Wurmpalast. Ja. Wunderbar. Ein Schlüssel. Oh, ich merke gerade, ich habe mein Handy nicht auf lautlos. Die Tür ist hinter uns zugefallen. Oh, Gegner. Natürlich. Ich dachte, es ist schon so einfach, wenn es nicht wäre. Viele Gegner standen uns im Weg. Und eine Kiste. Wir haben einen Kompass gefunden. Er zeigt, wo sich die Gegner befinden und wo der Endpass ist. Außerdem, das ist auch neu in diesem Spiel, wenn man so ein Geräusch hört, wenn man den Raum betrifft, äh, betrifft, sage ich schon, betritt, ähm, tut mir leid, Leute, ich bin mir jetzt etwas doof, weil manchmal, also, ja, egal, erzähle ich später. Habt ihr dieses Geräusch gehört? Das. Bi, 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 bi. Dieses Geräusch deutet an, dass in diesem Raum ein Schlüssel versteckt ist. Nämlich, genau hier. Na? Hörssenschlüssel. Also, es ist auch so eine zusätzliche Hilfe. Ja, mit dem Schlüssel kann sich fast jedes Schloss öffnen lassen. Oh, ein Götterahorn. Ja, also, wie gesagt, Götterahorn ist auch so ein Punkt, den gibt's sonst nirgendwo mehr. Jetzt ist blöd, wir haben noch keine Bomben. Das ist schade, weil sonst hätten wir hier gleich, äh, rechts rein können und da hätt's, glaub ich, irgendwas Tolles gegeben. Zaubermuscheln oder irgendein Zeug. Juh, 20 Rubine. Na, toll. Wir haben jetzt auch eine Kiste mit einem Schlüssel, haben wir jetzt schon. Ja. Gut, es ist nicht so schlimm, wenn mich der Gegner trifft, denn es wird ja um die Hälfte absorbiert. So. Gut, wir haben einen Schlüssel, wir können ihn hier rein, ich guck aber vorher hier mal. Okay, hier geht's noch nicht weiter. Das ist auch nicht so ein Schlüsselblock, den man hier links gesehen hat, kann man nur mit einem Schlüssel aufsperren, quasi. Hier gibt's natürlich auch eine Karte. Ne, gibt's nicht, weil ich die Karte noch nicht gefunden hab. Oder ist die hier? Ja, hier ist die, okay, hab ich vergessen, ne? Gut. Interessant. So. Weg da. Und rein da. Und da, wo wir auch noch nicht mehr tun haben. Und da, wo wir auch noch nicht mehr tun haben. Und da, wo wir auch noch nicht mehr tun haben. Und da, wo wir auch noch nicht mehr tun haben. Und da, wo wir auch noch nicht mehr tun haben. Untertitelung des ZDF, 2020